Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Staffel oder Aufzeichnungssession von mir mit unserem Tavern Master. Ja, wir waren ja das letzte Mal dabei und haben hier oben uns eingerichtet. Hier haben wir unsere beiden Forscher und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Wir forschen hier am Hotel. Dafür brauchen wir natürlich noch 264 Punkte, aber auch 52 normale Gäste und dadurch werden wir jetzt unseren Tag hier gleich beginnen. Natürlich kann hier der Dieb uns nichts mehr stellen. Das ist doch schon mal gut. Wie schaut es jetzt hier aus? Wir haben keine Veranstaltung geplant und haben jetzt drei neue Aufgaben. Den ganzen Tag nur Hauptgerichte. Ja, da werden wir natürlich hier mal stoppen und dann werden wir natürlich hier mal nur Hauptgerichte verkaufen. Und ja, genau, da haben wir jetzt nur Hauptgerichte. Das passt. Können wir jetzt gleich mal, noch bevor die ersten Platz nehmen. Es ist ja ein ganz normaler Tag. Wir können ja jetzt mal schauen, was wir hier wie ein Teil machen können. Da könnten wir hier wieder so eine Schlacht-Siegfeier machen. Können wir natürlich machen. Warum nicht? Genau. Haben wir ja alles da. Haben wir hier noch. Da haben wir alles abgeschlossen. Das können wir nicht einlagern. Das können wir einlagern. Käse können wir auch einlagern. Die beiden Sachen können wir jetzt noch nicht einlagern. Holen wir uns natürlich wieder ein paar Bohnen. Geld haben wir ja genügend. Und ja, sonst würde ich mal sagen, großartig brauchen wir jetzt nichts mehr. Was ist jetzt da los? Jetzt haben wir einen Levelaufstieg von unserem Prohn schon. Bis dato haben wir 52 bekommen. Jetzt bekommen wir 67. Das ist ja fantastisch. Was ist jetzt da los? Jetzt haben wir den Durchschnitt gehoben. Und wie bekommen Sterry Night? Ja, das ist doch schon mal gut. Sterry Night, wo kann man denn das hinhängen? Mensch, ist das hier die Hölle los? Ja, jetzt was ist da? Ach so, da haben wir ja jetzt das Bild. Ja, das kann man ja hier aufhängen. Würde ich mal sagen, vielleicht hier gleich neben dem Regal. Da haben wir das Sterry Night. Hier, Sterry Night. Ja, ist doch wunderbar. Machen wir natürlich gleich einen Screenshot. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wie man das Zeug hier wegkriegt. Aber ist ja egal. Auch wenn es mit drauf ist. Ja, ist doch schön. Genau, die werden hier alle sauber bedient. Und so haben wir hier schön unser ganzes Geld beisammen. Und es wird einfach nicht weniger. Wenn man jetzt einmal sagt, okay, man könnte ja hier dann weiter nach oben bauen. Beziehungsweise ich würde jetzt mal sagen, da holen wir uns jetzt noch eine Bedienung für oben. Die sind ja alle Level 8. Das ist ja da normal. Die trägt 7 Getränke. Die trägt 8. Wenn man natürlich die mit 8 wie Brian oder Brian. Mir kommt so vor, als wären die Namen. Auch oft würden sie sich wiederholen. Ja, da haben wir nämlich schon eine hier mit dem Namen. So, was können wir jetzt machen? Jetzt, der gebratene Fisch hat auch einen Aufstieg. Bis dato 57 und jetzt 72. Also das geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Da freue ich mich. Und hier haben wir auch dementsprechend Forschungspunkte. Ne, da nicht. Da haben wir ja das Menü. Jetzt sage ich mal. Wo kann ich das hier wieder sehen? Natürlich da. Ja. Da schätze ich mal, können wir recht kurzfristig unser Hotel hier aufbauen. Ich würde mal sagen, das machen wir doch dann gleich irgendwie in die Ecke. Wenn ich das dann so sehe, wären ja dann vielleicht vier Zimmer oder fünf. Könnte nicht schlecht sein. Da könnten wir jetzt mal noch einen Tisch hier herstellen. Weil Geld haben wir ja genügend. Einen Tisch, vielleicht da hier so einen langen Tisch noch. Und natürlich Sitzplätze dementsprechend. Natürlich, da bekommen wir alle schon die Deluxe Bank. Das ist klar. Jetzt haben wir ja 609 schon am Tag. 609 Gäste. Das ist wirklich Irrsinn. Hier ist auch überall die Hölle los. Hier auf der Straße laufen auch viele rum. Ah, hier die Zwillinge. Die sind auch wieder unterwegs. Jetzt können wir natürlich mal schauen. Im Moment kochen die nichts. Haben wir denn überall noch? Ja, ich glaube, da haben wir überall noch genügend. Da haben wir auch überall genügend. Heute ist ja wieder dann praktisch Zutritt für alle. Und deswegen ist auch oben noch voll. Am morgigen Tag kommen wir nur 80 Gäste. Das kann man dann am Tagesabschluss ja sehen, wie viele Plätze wir gesamt haben. Und ja. Das machen wir ja dann nur Hauptgerichte. Gibt mehr als 4.700 aus. Ja, ich könnte natürlich jetzt schon noch ein bisschen Geld ausgeben. Vielleicht für Dekorationen da oben. Und dann noch ein paar Teppiche. Ein paar Teppiche. Da vielleicht so einen runden Teppich drunter legen. Dann hier noch einen langen. Jetzt legen wir auch noch einen langen her. Was ist hier der kleine? Hier vielleicht in dem Bereich. Was ist spezial? Die Wendeltreppe haben wir jetzt. Forschungstisch, Abenteurer Tisch. Wir könnten hier vier Musikerbühnen herstellen. Was wäre es denn, wenn wir hier, haben wir ja jetzt noch genügend Platz, wenn wir hier noch eine Musikerbühne herstellen. Dann haben die oben auch ihren Sound. Da würde dann die zweiköpfige Band doch reichen. Würde ich einfach mal sagen. Ja, so geht es doch hier vorwärts. Wir haben immer noch nicht genügend Geld ausgegeben. Hier müssen wir noch 1100 raushauen. Dann geben wir doch noch mehr Geld aus. Dann geben wir doch noch mehr Geld aus. Und zwar am mittleren Teppich hier drunter. Für den langen Tisch natürlich noch einen langen Teppich. Da haben wir jetzt schon genügend Kohle ausgegeben. Das ist alles einfach zu billig, was wir hier raushauen. Dann haben wir hier noch irgendwelche Deko-Sachen. Ein Kamin kostet 1000. Das ist natürlich schon gut. Dann eben noch ein Bücherregal hin. Okay. Dann bekommen wir die auch eine Rüstung. Jetzt haben wir es anscheinend. Genau. So ist es. Dann passt es. Und wir haben ja immer noch genügend Geld. Ist ja nicht so, dass wir keinerlei Kohle hätten. Jetzt braucht man nur mehr 180 Lampen. Die, die hier fleißig jetzt jeden Tag basteln. Oder minütlich. Ich weiß nicht, wie viel die da jeweils machen. Aber die werden das hier schon schaffen, denke ich mir einmal. Dann geben wir hier ein bisschen Gas. Was ist das? Da könnte man ja jetzt nochmal auf eine andere Forschung schauen. Die vielleicht normale Leute braucht. Da haben wir hier natürlich nichts mehr. Was ist das hier mit dem Fasslager? Da könnte man ja auch schon zumindest die 100 Leute, die hier jetzt gleich rausgehen werden, dann noch mit erforschen. Dann schauen wir nochmal hier unten rein. Da gehen ja jetzt schon viele und dementsprechend steigt die Forschung auch. Gehen wir mal ein bisschen Gas. Wunderbar. So, da stellen wir jetzt wieder zurück auf den nächsten Tag. Da haben wir jetzt schon etliches geschafft. Was haben wir hier? Den ganzen Tag nur Hauptgerichte serviert und bekommen wir 650. Und bei der nächsten Stufe bekommen wir den Elite-Koch. Das ist ja wirklich super. So wie war es heute. So, jetzt können wir mal schauen. Wir hatten 225 normale Kunden. Also 228, 238 und 241 dann. 152 Sitzplätze haben wir. Ja, sehr gut. Und was ist hier los? Da steigt einer auf. Die Alisa steigt auf. Sehr schön. Kann dann 8 Getränke tragen. Juff. Fantastisch. Würde ich doch mal behaupten. Dann starten wir doch gleich den nächsten Tag. Okay, und wie schaut es jetzt aus? Da stoppe ich mal kurz, weil jetzt dürfen wir nur Suppen servieren. Alle Suppen. Ne, das war falsch. Alle Suppen. Aber ich glaube sowieso, jetzt ist ja der Special Day. Ach, jetzt ist die Schlagzeugfeier. Da brauchen die ja sowieso bloß, muss ich jetzt mal schauen, da brauchen die ja bloß hier den Erbseneintopf. Den grünen Erbseneintopf bekommen wir die bloß. Da kommen wir hier 80 Gäste und ich denke mal, die werden alle hier unten reinpassen. Schauen wir mal, können wir die hier schon rüberlegen, immer noch nicht. Was könnte man denn hier noch einmal starten? Was wäre dann eventuell... Ne, da nicht. Was wollte ich jetzt schauen? Also, für die Veranstaltungen. Genau, was bräuchte man dann eventuell? Ja, das Rezept hier haben wir noch nicht. Wir könnten ja dann mal eine Weinverkostung machen. Machen wir eine Weinverkostung mal zwischendurch. Warum nicht? Dann gibt es nur Wein. Jawohl, da haben wir jetzt schon wieder 2000 erhalten. Ja, ist ja sagenhaft. Bediene ich mehr als 150 Kunden am Tag. Ja, an dem Tag schaffen wir es nicht. Wir sollen 3100 ausgeben. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt geben wir mal ein bisschen Stoff. Schauen wir mal hier rein, wie die Punkte hier nach unten gehen. So funktioniert bei ein Raum mit einem Tür und einem Fenster. Und dann gibt es den Hotelshop. Kaufe ein Bett, einen Kleiderschrank und einen Dekorationsgegenstand. Warte auf Kunden, die abends kommen. Das ist eine heiße Sache. So, jetzt schauen wir mal hier oben rauf. Jetzt hat eine Suppe was bekommen. Natürlich der Erbseneintopf. Bis dato 92. Und jetzt schon 112. Der geht ja wirklich weg hier wie die warmen Semmeln. Vielleicht könnte man hier trotzdem mal nochmal Erbsen holen. Genau, können wir überbrauchen. Schauen wir mal hier rein, wie viel denn hier noch, da sind auch 30. 150. Ja, 150 an einem Tag, wäre an einem normalen Tag kein Problem. Naja, vielleicht bleibt ja diese Quest uns ja halten zum nächsten Mal. Da geht es jetzt auch langsam voran, würde ich mal sagen, ein bis zwei Tage noch. Und deshalb müssen wir uns hier noch einen Falscher holen. Entschuldigung. Den etwas raueren Hals. Da haben wir natürlich drei da oben, die heute nicht wissen, was sie tun sollen. Der Tag ist jetzt auch gleich herum. Dann haben wir ja wieder zwei normale Tage. Einige Fässer sind leer. Ja, na nun. Das L. L füllen wir auf. Kompletto. Kompletto. Da drücken Bier und L. Naja, das ist kein Wunder, dass das L weg ist. Oh, da können wir das natürlich hier flott noch bedienen. Ja, das werden wir natürlich nicht schaffen, das ist ganz klar. Da können wir ja jetzt gleich einmal schauen, ob die Quest stehen bleibt. Das werden wir jetzt gleich haben. Der Tag ist gleich rum. Oh, was haben wir hier? Den ganzen Tag nur Suppen. Sehr schön. Jawohl, so geht es doch voran. Jetzt schaue ich mal hier rein. Nummer 58 Punkte. Dann schätze ich mal, können wir am nächsten Tag dann hier... Oh, da haben wir jetzt vielleicht genommen. Dann können wir am nächsten Tag dann das Hotel bauen. Da werde ich jetzt auch gleich einmal mit dem nächsten Tag beginnen. So, jetzt schauen wir... Ah, jetzt werden wir die 150 schaffen. Das schaffen wir hier. Und wir brauchen irgendwo vier Sterne. Und wenn das Hotel dann da ist, werden wir die Kohle raushauen. Das ist ganz klar. Ja, jetzt kommt er rein, Leute. Wir haben geheizt. Kommt rein. Und ich sehe schon wieder, dass die Viertelstunde rum ist. Also, hier kann man spielen und spielen. Das macht so viel Freude. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.